Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. So, wir machen mal weiter, sehen, ob wir uns da irgendwie ranschleichen können. Okay, sonst von hinten, ja gut, ja. Gegner markieren. Okay. 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 Ja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich militiert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Hey. Was ist das? Was ist das? Was zum Teufel? Hey! Hä? Die ist tot. Was zum Teufel? Die ist tot. Go! Ist was. Da war doch was. Wer ist da? Hey. Siehst du jemanden? Kann ich schon hier Waffen wechseln? War wirklich gerade eine Waffe irgendwie genommen? Was ist der denn jetzt? Ich glaube, ich habe da jemanden gesehen. Hey, ist da jemand? Da war jemanden. Da war jemanden. Kommt. Wie gerufen. Okay. Guck mal. Ah, cool. Können wir uns da sonst irgendwie was aussuchen? So untersuchen. Schrot. Ah, geil. Hier ist jemand. Ja, mit. Wie machen die alle platt hier? Hier ist jemand. Ah, sag mal hier. Mit die Kette. Das haben wir ja fast alle platt gemacht, ne? So wie es aussieht. Wer ist das? Ist da draußen jemand? Komm her, komm. Also, man ist voll. Wie sind denn jetzt hier noch? Ah, da ist nur einer. Oben sind da auch noch welche. Ja. Hm. Hm. Ich glaube, da mache ich das mit denen da oben platt. Und schleiche mich dann von unten an. Hoffen wir mal, dass es so klappt. Ich hab was gesehen. So. So, da war der nächste Platz. Können wir hier irgendwas rumfliegen? Etikett. Nehmen wir gerne mit. Hm. Was sind wir hier noch? Das war mal. Wir müssen uns jetzt hier heilen, ne? Warten das so. 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 Ne, da kann ich das doch mitnehmen. Ne, auch ne. Okay, alles klar. Wir können den aber durchsuchen. Schrott. Wie komme ich jetzt an den da unten dran? Ich gucke, wie ich das mache. Ja, geht von der anderen Seite. So, dann dürfte es eigentlich geklärt sein dann. So. Einmal ducken, bitte. Wenn er dann zurückgeht, rum und zählern. Was? So. Das war der letzte. Wir müssen uns gefolgt sein. Ach, Schlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Alles klar. Buse, ich hab ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit darüber nachzudenken nach Nordenabton. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Und dann um die Reisepläne. Ich geh jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Okay, ich hätte aber besser... Ach, verdammte Freaker. ...es Außenrum gehen, deswegen. Ne, oder nicht. So, was soll das denn? Ach, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks. Und dann dieser verdammte Regen. Wieso? Regnet es andauernd. Ach, wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Dann haupte ich mal. Komm, wir gehen nicht lang. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, ich könnte... Oh, boah. Okay. Dann sieht er mich jetzt hier nicht. Er hat mich nicht gesehen. Gut. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Hier was? Nee, nix. Alles klar, aber... Ah, hier ist ein scheiß Feaker. So einfach. Ich hab noch Erfahrungspunkte. Das ist auch noch geil. Ich bin gespannt, wann man was aufrüsten kann oder leveln. Das kann nicht mehr weit sein. Komm schon, Baby. Wo zum Teufel steckst du? Ja, du musst doch Iopono sein. Hier war's. Genau hier haben wir's abgestellt. Mein Bike ist weg. Okay. Verdammt, Copeland. Hey! Du bist aus Copelands Camp! Und Teufel ist mein Bike! Hey! Stopp! Halt! Verdammt! Ich hab dein Bike nicht wahr! Ehrlich! Ich bring dich nicht um! Halt an! Damte Scheiße! Gib mir mein Bike! Was ist Copeland fragen? Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike. Ich hab nichts gemacht. Oh Gott, verdammt. Okay, jetzt werde ich dich umbringen. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Koblenz Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Okay. Kann ich da vielleicht auch schocken? Folgen die mir jetzt hier oder was? Oh, ja. Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Ja, boah, weiß ich nicht. Ich muss für den Training reden. Okay. Ja, zu dir bin ich gerade. Okay. Oh, was gibt es denn hier Schönes? Küche. Ah, okay. Halt mal sehen hier. Ah, cool. Geil, was ist das denn? Äh, alles verkaufen. Ja, ja. Das ist alles für heute. Geil. Geil. Was haben wir hier? Beute. Und ein hier schönes Beute. Ja, hallo. Das ist alles, was ich für heute habe. Oh. Ja, das ist sehr nice. Also hier, ein Händler. Hey, Manny. Hey, habt ihr hier lange nicht gesehen? Oder war zu beschäftigt? Voll drin. Irgendwo muss das Futter her. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich habe eine Werkstatt im Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh. Oh. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verlostet. Und es wurde hart herangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bars. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert. Und es da hinten rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Okay. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, wir suchen Dich und Bruiser. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Und gibt es sogar eine Werkstatt. Wie geil ist das denn? Mehrere Tage ohne Essen? Na ja. Du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist der irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Boah, was für eine Waffe hier. Ja. Als Kind war ich immer mit meinem Vater auf der Larkt. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wind. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Bert gab's nur ein Gesetz. Die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika. Das Land der Freiheit. So ist es. Ich hab Leon getroffen. Ja? Hab mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Dick. Oh, Leon. Tag sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Dick. Und danach? Tja. Dann tun wir was für dich. Das Bike. Das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Dick. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fasch mich bloß. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korbel, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Pump. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Ach so, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Äh, und was ist mit dem Bike? Ich krieg mein Bike wegen es ist wieder, dass ich da hinfahren kann. Ja gut, alles klar. Gucken wir erstmal, was wir hier so noch machen können. Wollten wir gerade den Waffen hinterher gucken, ja. Ja, man kann ja auch ein bisschen spenden jetzt hier, ne. So, Beuter haben wir abgegeben. Was willst du? Fähre. Wir haben nur 90. Was tun? Okay. Wollen wir hier. Primär Waffen. Machen wir gar nichts. Okay. Primär Waffen haben wir noch nie. Okay. Mehr kann ich nicht machen. Okay, kann ich noch keine Waffen kaufen. Okay, alles klar. Kaufst du heute nichts? Ne. Mit meinem Bike. Deke. Deke. Warte. Du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht. Ich schwöre es. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifterbike, Manny. Ich weiß, ich weiß. Ich werde es wieder gut machen. Ich schwöre es. Ich habe ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß. Es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mache dir was klar. Ich schwöre es. Okay. Und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, der mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, wie. Tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Oh. Okay, ja, alles klar. Wir werden. Ich muss mich einfach nachsehen. Schienenteile. Lass mich mal sehen hier. Ich habe Teile da. Wenn du willst. Okay, das kostet einiges. Optik. Achso, hier steht gar nicht. Achso, muss das draufgehen. Ah. Oh. Das ist aber nicht viel. Ausrüstung, yes. Wenn wir noch hier auch in Leistung, was haben wir hier? Hm, nix. Nix. Hier, den Tank. Dann machen wir schöner alttümlich hier. Und noch? Nix. Oh, Lachgas. Geil. Auch mal eigentlich nicht unbedingt, aber egal. Hallo, Nick? Okay, was haben wir noch? Lackierung. Mal sehen. Hier nix. Schön. Ja, ja, nix hier. Was haben wir hier? Genau, das wollte ich sehen, genau. So, das ist alles seitlich, okay? So, kann ich auch gar nicht nehmen. Ah, okay. Okay. Sieht schon nice aus. So. Was ist jetzt mein Bike? Ist das jetzt? Da. Benzin, okay. Ne, ich spreche an, okay. Hier auch. Kann man denn hier noch so schlafen? Kann man hier auch irgendwie sehen? Ah. Karte. So, ich muss hier oben hin. Sag mal hier. Ach, das bin ich, okay. Hier. Passierte. Okay. Hallo. Fehligkeiten. Ah, wie geil ist das? Falsch. Fehlp-Kart. Nachkant, Fernkant. Überleben. Wir gehen auch mal lieber aufs Überleben. ist jetzt noch nix so interessantes das ist schon eher was ja das nämlich gerne das nehme ich gerne so dann ist die folge auch schon wieder beendet dann sehen uns in der nächsten folge wieder und dann sehen wir uns bis dahin